Nun, siehe er. Er ist zurück. Er ist zurück. Mutter, Vater ist zurück. Der König, Milady. Der König. Dein Schicksal steht fest und du entkommst ihn nicht. Wie ich dich vermisst habe, mein Sohn. Eines Tages wirst du über dieses Königreich herrschen. Danke, Vater. Mein König. Vater! Erinnere dich, für wen du deine letzte Träne vergossen hast. Onkel Fjölnir. Ich werde dich retten, Vater. Ich werde dich retten, Mutter. Ich werde dich töten, Fjölnir. Ich werde dich retten, Vater. Ich werde dich retten, Mutter. Ich werde dich töten, Fjölnir. Warum versteckst du dich an einem so höllischen Ort? Um zu finden, was mir genommen wurde. Und das wäre? Ein Königreich. Wähle zwischen der Liebe für deine Familie und dem Hass für deine Feinde. Deine Stärke bricht Männern die Knochen. Ich breche ihnen den Verstand. Nacht für Nacht werden wir mein Rache-Gelübde einlösen. Ich werde dich rechten, Vater. Ich werde dich rechten, Vater. Ich werde dich retten, Mutter. Ich werde dich retten, Mutter. Ich werde dich töten, Fjallnir. Du bist dein Ei- predictions. Du bist dein Ei- Untertitelung des ZDF, 2020